Die weltgrößte Medizinmesse Medica beginnt am Montag, 10 Uhr, in Düsseldorf. Im Mittelpunkt steht die digitale Vernetzung in allen Gesundheitsbereichen. Präsentiert werden Neuheiten wie etwa ein intelligentes Pflaster, das die Wundheilung überwacht, eine 3D-Datenbrille für Chirurgen im OP oder ein Herzet aus Südkorea, das mittels minimaler Stromstöße Depressionen lindern können soll. 2000 Veranstaltungen auf der Medica in Düsseldorf Mehr als 5100 Aussteller aus 66 Nationen präsentieren bis zum Donnerstag Produkte für Patienten, Kliniken und Arztpraxen. Parallel dazu läuft die Zulieferermesse CompaMed mit rund 780 Ausstellern. Rund 2000 Vorträge, Workshops, Seminare und Expertenrunden widmen sich an den vier Tagen der beiden Messen fast allen Fragen der Gesundheit.